Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 1.12., ja, verzeihung, ich war gerade durch einen Telefonanruf abgelenkt, so, 10.11 Uhr, nur kurz für die Info, wir sind noch nicht beschlussfähig, viele Leute stehen in Stau und das ist aber nicht schlimm, dann würde ich sagen, stellen wir Top 1 zurück, die Abstimmung über nicht öffentliche Teile und gehen regulär in Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Hierzu gab es gestern kurz die Sitzung und da würde ich dann ganz gerne Ingo vorweg aufrufen. Ja, schönen guten Morgen. Bericht der Pressestelle, wir sind in dieser Woche natürlich mit dem Plenum beschäftigt, wir haben gestern die Plenarübersicht unserer eigenen Anträge rausgeschickt, die wir dann auch morgen nochmal aktualisiert, um die Statements veröffentlichen. Auch an dieser Stelle nochmal täglich grüßt das Murmelt hier der Wunsch und die Bitte, dass ihr uns eure Redentexte vorher vor den Reden, vor den Tops zur Verfügung stellt. Wir würden gerne diese ganzen Infos, die wir da erzählen, dann anschließend auch den Journalisten zur Verfügung stellen und meist bietend verkaufen. Können wir aber nur, wenn wir wissen, was ihr da sagt und von daher nochmal eindringlich die Bitte und der Appell, uns eure Redentexte bzw. irgendwelche Infos, ich nehme auch, handschriftliche Ergänzungen auf Post-its zur Verfügung zu stellen. Am Donnerstag und Freitag liegt ja der Schwerpunkt vom Plenum auf den Haushaltsänderungsanträgen und auf dem Haushalt für das nächste Jahr. Auch das werden wir nochmal mit entsprechenden Pressemitteilungen begleiten und auch da gilt, wer etwas Spannendes zu erzählen hat, ist herzlich eingeladen, uns in der Pressestelle das vorab wissen zu lassen, sodass wir das entsprechend vorbereiten können. Dann haben wir das andere Projekt, das ja der Wunsch seitens der Abgeordneten im Raum steht, dass wir Fotos machen, neue Fotos machen, die wir bei Twitterpics und auch auf dem Blog und so verwenden. Der Fotograf ist heute und morgen im Haus. Wir werden jetzt gleich im Büro von Michel das aufbauen und ihr Abgeordneten und auch die Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, heute und morgen oder morgen im Laufe des Tages jeweils bis 16 Uhr vorbeizukommen und sie fotografieren zu lassen. Wir werden mindestens zwei Motive pro Kopf machen, einmal relativ neutral vor einer weißen Wand, die wir anschließend freistellen können, um damit Motiven basteln zu können und auf der anderen Seite ein Motiv im Move, also wo man dann halt eben durch Treppenhaus geht, durch Flure geht, in der Wandelhalle, vor dem Plenum, in der Bürgerhalle. Wir hatten auf etwas besseres Wetter gehofft, vielleicht sogar auch vor dem Landtag, muss man dann mal schauen. Wir haben genug Zeit, der Fotograf sitzt oben und wartet, dass ihr zu denen kommt. Wir haben absichtlich keine fixen Termine gemacht, weil ich das im Rahmen des Plenums auch für schwierig halte, aber wann immer ihr die Chance seht, eine Viertelstunde oder 20 Minuten euch fotografieren zu lassen, heute oder morgen geht einfach in das Büro von Michel und spricht den Fotografen an oder wenn der gerade woanders ist, spricht mich an oder Jens an und wir finden den dann. Also relativ locker gehalten und ich glaube, ich halte es für realistisch, dass wir bis morgen Nachmittag 16 Uhr in der Lage sein sollten, ganz, ganz viele Abgeordnete und auch gerne die Mitarbeiter, die neue Fotos von sich haben wollen, fotografieren zu können. Der ist, wenn wir jetzt gleich aufbauen, ich denke mal ab 11.30 Uhr in der Lage, das erste Foto zu machen. Gibt uns mal eine Stunde, bis wir den Raum gut ausgeleuchtet haben. Also von daher ab 11.30 Uhr bis heute Nachmittag 16 Uhr und morgen auch 11 Uhr bis 16 Uhr kommt zu Michels Büro. Danke. Vielen Dank, Ingo. Ah, das Mikro war an Verzerrung. Okay, dann würde ich sagen, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers in aller Kürze. Das Mikro, Hartmut, bitte. In aller Kürze zwei Hinweise zu Veranstaltungen. Am 14.12. wird hier im Hause das Fanhearing stattfinden. Da müssen wir noch ein bisschen was zu organisieren. Das wird hier im Fraktionssaal stattfinden. Und dann wird es am 18.12. einen Termin geben. Da werden Vertreter der Diakonie und des Flüchtlingsrates hier sein. Und Michel, Frank, Simone, Grampi, Dannebuth werden an dem Gespräch teilnehmen. Sicherlich auch der ein oder andere Referent. Vielen Dank, Hartmut. Jetzt hatte ich zwischendurch eine Wortmeldung von Lukas gesehen. Ja, ganz kurz als Hinweis. Ingo sagte, Mitarbeiter können oder sollen ja auch nochmal neu fotografiert werden. Ich habe jetzt gerade eben geschaut, die Ankündigungs-E-Mail von Michel, dass es diesen Termin geben wird, ging nur an Abgeordnete. Das heißt, die Mitarbeiter wissen vermutlich noch gar nichts, außer dass es über Kanäle gegangen, von denen ich nichts weiß. Okay, dann ist das vielleicht tatsächlich aus Versehen mal abgerutscht seitens Michel. Möchtest du das sicherheitshalber dann einmal intern an die anderen weiterleiten von jetzt aus? Weil dann kann ich, dann könnten sich die Leute, wenn sie denn möchten, ja, sehe ich kein Problem. Vielleicht nochmal im Protokoll korrigieren. Gut, dann erweitere ich noch eben kurz. Genau, wir hatten ja Antrag auf eine aktuelle Stunde gestern Morgen. Das war passend für den Bereich Klimaschutz und Kohleverstromung, und zwar im Zusammenhang natürlich mit dem UN-Weltklimagipfel in Paris. Sowohl die FDP hat einen Eilantrag zur gleichen Thematik, als auch die CDU ebenfalls eine aktuelle Stunde zur gleichen Thematik beantragt. Das Präsidium hat dem im Vorfeld stattgegeben, während dieser Stadtgebung, sag ich mal, oder bevor ich die Info dann tatsächlich in richtig, richtig bekommen habe, ploppte ein Fax der Landesregierung auf. Auch hier dann der Hinweis nach der Geschäftsordnung des Landtags, dass die Landesregierung dann eine Unterrichtung beantragt, der natürlich laut Geschäftsordnung stattzugeben ist. Ich finde es halt interessant, es ist das gleiche Thema. Das Präsidium hatte sich dazu entschlossen, dann die Unterrichtung zusammenzulegen mit der aktuellen Stunde und dem Eilantrag. Hieraus ergibt sich aus meiner Sicht der sehr, sehr unglückliche Umstand, dass der Landtag geotechnisch dadurch wieder beschnitten wird. Denn wir dürfen auf diese Weise dann halt, ja, es sind dann auch keine Zwischenfragen oder Ähnliches zulässig, auch keine Kurzintervention. Auch bei der aktuellen Stunde nicht richtig. Gleichwohl halte ich es nicht für sonderlich sinnig, immer wieder, ja, sag ich mal, dem Vorzug der Landesregierung hier im Landtag den Vortritt zu lassen. Denn die Redereihenfolge ändert sich ja dadurch, was ich sehr unglücklich finde. Denn es geht ja dann nach den Fraktionsstärken. Und somit sind wir als ursprünglich erste antragstellende Fraktion dann nach derzeitem Kenntnisstand als letzte an der Reihe. Ich habe genau aus diesem Grund dann gestern auch schon telefonisch mehr oder weniger Beschwerde eingelegt. Ich habe das halt gesagt, ich empfehle dem Präsidium nicht diese Sachen zusammenzulegen. Dem wurde halt nicht entsprochen. Ist dann halt so. Und der Vorteil daran ist, dass wir etwas mehr Redezeit haben. Denn der Vorschlag der Verwaltung, den habe ich gerade auch noch schnell rumgeschickt, liegt dann bei Fraktionen pro, nee, für uns bei 16 Minuten. Genau. Genau, weil das dann dadurch verschiebt sich halt alles so schön nach hinten. Genau, genau. Wir reden dann halt mal wieder in der Mittagspause und sind somit mal wieder schön eben off. Dies nur zur Kenntnis dann schon mal für alle Beteiligten. Die Feinheiten können wir dann gleich bei dem Abhandeln der Tagesordnung durchkaspern. Wir hatten dann gestern auch noch kurz die Punkte, wir bereiten noch eine weitere Vorlage vor für nächste Woche in Bezug auf die Kernarbeitskreise. Und wir haben noch einen nötigen Satzungsänderungsantrag besprochen im Rahmen der Finanzordnung. Und der Satzung, die wir dann für nächste Woche vorgesehen haben tatsächlich, das macht es etwas leichter, dass wir den Top, ich habe das auch schon im Protokoll für heute angemerkt, dass wir den Top von letzter Woche, den wir auf diese Woche gelegt haben, auch noch mal auf nächste Woche schieben könnten. Ansonsten gab es nichts Wildes weiter im öffentlichen Teil, im nicht öffentlichen Teil ergab sich halt ein kleiner Punkt, der dann auch heute mit auf der Tagesordnung steht für den nicht öffentlichen Teil. Und wenn wir gleich mit Top 2 durch sind, reden wir ja über die nicht öffentlichen Teile. Jetzt habe ich gerade nochmal ganz bewusst zurückgewechselt in unser heutiges Protokoll. Also die Überlegung ist, dass wir den Beschlussvorschlag zur Änderung von § 15.8 der Satzung dann halt auf nächste Woche legen. Da ist ja keine tatsächliche zeitliche Dringlichkeit. Damit wären wir am Ende von Top 2. Gibt es Rückfragen zur Vorstandssitzung, zum Bericht der Pressestelle oder zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers von gestern und gerade eben? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir mit Top 2 durch und gehen zurück in der Tagesordnung zum Top 1. Ich erläutere ganz kurz, aus der Vorstandssitzung von gestern haben sich ergeben, einmal der Punkt Personalia, 20 Minuten grob angedacht, weil wir da ein paar Dinge für die Zukunft besprechen können. Und zum anderen, der Bereich Taktik ist vielleicht falsch, ich hätte es vielleicht Plenum nennen sollen. Es gibt halt noch etwas, was wir im nicht öffentlichen Teil heute besprechen sollten. Sollten, vor Eintritt in die morgige, nee, doch, genau, Plenartagesordnung, gibt es Wünsche nach weiteren nicht öffentlichen Ansätzenanteilen, die ich jetzt übersehen hatte? Spricht sich jemand gegen die Durchführung der nicht öffentlichen Teile mit einer vermutlichen Gesamtlänge von 40 Minuten aus? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann werden wir das gleich so machen. Top 4, nee, Entschuldigung, Top 3 Umlaufbeschlüsse. Frank, ja, bitte. Entschuldigung für die Unterbrechung, ich war gerade etwas irritiert, weil hier ein Lüfter anging. Möchtest du darüber diskutieren, dass ein Lüfter anging? Ich möchte jetzt nicht darüber diskutieren, aber das handelt sich ja hier um die Geräte, die für den Plenarsaal zugelassen sind, deswegen wunderte ich mich gerade ein bisschen. Ach, da haben sich schon mehrere Leute drüber gewundert, sei unbesorgt. Muss ich mal gerade schnell gucken, Verzeihung, bevor wir ins Plenarpad gehen. Umlaufbeschlüsse gab es einen nicht öffentlichen, den muss ich nachher noch eben schnell reinkopieren. Da ging es um die Behandlung, wie wir mit den Haushaltsberatungen verfahren. Wir haben halt selber gesagt, dass wir da entsprechend einen Entschließungsantrag vorbereiten noch und die Änderung, wir haben ja auch gestern in der Referentenrunde entsprechend nochmal daran erinnert, dass wir Material für einen Entschließungsantrag noch sammeln. Das Pet können wir auch gerne nochmal im Laufe des Tages rumschicken. Dann wären wir bei Top 4 mit der Tagesordnung für das Plenum morgen bis Freitag. Da gibt es zwei Punkte vorweg aus der Referentenrunde. Gestern hatte sich ergeben als Vorschlag das Thema der Abschiebung. Das war Top 17, Abschiebung in Verfolgung, Hunger, Kälte und Not stoppen. NRW muss die Abschiebung von Flüchtlingen in den Westbalkan über den Winter aussetzen. Unser klassischer Antrag wurde nur daran erinnert, dass er traditionell in der letzten Sitzung des Jahres zur Abstimmung steht. Von daher nur der Wunsch bzw. der Vorschlag, es dann auf das letzte Dezember-Plenum zu legen. Simone. Da habe ich eben noch mal eine Rede fertig gemacht. Ich habe da auch drüber nachgedacht, zumal wir jetzt ja auch die Einschränkung auf drei Monate haben. Das heißt, wenn wir jetzt eben den sofortigen Stopp wünschen, hätten wir mit dem Mitte-Dezember-Plenum eine Frist bis Mitte oder dann Ende März. Das heißt, wir hätten den Winter bzw. die richtige Kälteperiode besser abgedeckt, als wenn wir das jetzt stellen. Also ich kann damit leben, also wie gesagt, vorbereitet bin ich das, ob ich das dann morgen Abend mache oder dann Mitte Dezember. Ich kann damit leben. Es sei denn, es gibt jetzt hier vehementen Einspruch. Gibt es dazu weiteren Gesprächsbedarf? Ich sehe das nämlich ähnlich wie Simone. Frank, bitte. Der Hinweis kam von? Aus der Referentenrunde. Ah, okay, nicht von extern. Ja, Entschuldigung. Ja, Sekunde. Oh, Verzeihung. Dirk. Nur eine kurze Anmerkung. Also wenn es jetzt darum geht, es ist ja nicht verkehrt, nur warum stellen wir ihn dann nicht schon jetzt im Plenum oder beziehungsweise halt ändern halt nur die Frist, sagen dann halt nicht drei Monate, sondern bis Ende März. Änderungsantrag. Wir haben nur noch diese drei Monatsmöglichkeit. Das Gesetz ist entsprechend geändert worden. Frank. Ja, ich meine, das Thema, das ist jetzt ein Thema. Jetzt kam gerade die Resolution des Landkreistages, die explizit um Aufhebung des bisherigen Sensibilisierungserlasses bitten, beziehungsweise das vorschlagen. Es wird sehr viel über Abschiebungen geredet. Es wird sehr viel abgeschoben, gerade jetzt. Ich denke mal, je eher, je besser. Simone, bitte. Ja, da muss ich dir auch wiederum recht geben. Der Zeitpunkt ist bezüglich der politischen Lage nicht verkehrt, zumal wir ja auch die aktuellen Zahlen haben, dass jetzt wirklich die Flüchtlingszahlen runtergehen und nicht nur ein bisschen, sondern ganz gewaltig. Und ich überlasse die Entscheidung euch. Ich mache, was ihr wollt. Ich habe gerade schon deutlich gesagt, also ich würde schon dafür plädieren, das wirklich jetzt zu machen, weil jetzt ist es die Debatte. Jetzt werden halt die Abschiebungen vorbereitet und es schreien immer mehr Leute. Und wir müssen deutlich machen, dass das nicht die Lösung ist. Wer spricht sich dafür aus, den Antrag Drucksache 1610297 über den Abschiebestopp in das Dezemberplenum zu legen? Wer dafür ist, das letzte Dezemberplenum zu legen, zur Klarstellung. Wer dem seine Zustimmung erteilen möchte, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Wer spricht sich gegen die Verschiebung auf das letzte Dezemberplenum aus? Ich hatte es extra gesagt. Bei vier Enthaltungen, zwei Gegenstimmen und fünf dafür Stimmen wird dem Wunsch der Referentenrunde entsprochen. Und entsprechend werde ich bei der PGF-Runde das Ganze dann bitten, zu schieben. Simone. Ich weiß ja nicht, was da noch im letzten Plenum kommt, aber vielleicht könnten wir es zeitlich dann ein bisschen prominenter legen. Weil aktuell liegt es auf 19.10 Uhr, da bin ich schon wieder am Schlafen. So, dann haben wir als nächstes zu Top 25 des morgigen Plenartages tatsächlich noch einen Änderungsentwurf zum fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Die Abkürzung spare ich mir jetzt. Der Olaf hatte das noch auf die Schnelle rumgeschickt. Das kam von ursprünglich welcher Fraktion? Olaf, bitte. Das ist eine Absprache in der Obleuterunde gewesen vom FKJ. Also da ist der Vorschlag mehr oder weniger zusammengetragen worden und dann ein gemeinsamer Antrag gemacht worden, der jetzt eben von den Fraktionen noch beschlossen werden muss. Olaf, möchtest du etwas zu dem nunmehr geänderten Gesetzesentwurf erläuternd sagen? Bitte. Ich fange mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an, weil ich hatte bis jetzt auch überhaupt keine Zeit, das mit irgendwem zu reflektieren. Das ist nämlich zurzeit auch ziemlich Krankheitsstand und so weiter. Wenn man es ganz, ganz grundsätzlich sieht, dann müsste ich eigentlich gegen den Antrag sein und würde auch eigentlich normalerweise dann sagen, es lohnt sich nicht allzu doll, da an dem Änderungsantrag mitzumachen. Ich habe mich jetzt allerdings, man kann es auch mal realistisch sehen oder realpolitisch sehen. Und dann ist eben so, dass die Änderung, die ich vorgeschlagen habe, eins zu eins mit einer leichten Datumsverschiebung übernommen worden ist. Das grundsätzliche ist eben die ganz grundsätzliche Frage, was man unter Kindeswohl versteht und was man unter bestes Interesse eines Kindes versteht. Das beste Interesse eines Kindes ist eben die wörtliche Übersetzung aus den Kinderrechtskonventionen. Und das Gesetz macht ganz klar den Eindruck oder lässt eigentlich, wenn man es sich genau anguckt, gar nicht die Frage offen. Es ist das alte Kindeswohl, was da gemeint ist. Es wird zwar von allen bejubelt, sogar auch von den Kinderschutzorganisationen oder die, die sich auf Kinderschutz, aber es ist trotzdem noch das alte Verständnis und es ist nicht das Verständnis, was eigentlich in den Kinderrechtskonventionen im Ausschuss dafür, der bei der UN besteht, gesagt wird, was es eigentlich sei. Sieht man daran, dass die Beteiligung der Jugendlichen bei der Umverteilung jetzt nicht gerade besonders doll ist. Das ist sehr kritisiert worden. Es gibt keine Beschwerdemöglichkeiten. Es ist keine Beschwerdemöglichkeit irgendwo richtig eingeräumt. Es gibt keine Prozessbegleitung für die Jugendlichen und so weiter. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zum realpolitischen, das Ganze ist natürlich zum größten Teil sowieso auf Bundesebene entschieden worden. Deswegen ist es ja auch nur ein Ausführungsgesetz. Und was wir oder was wir geändert haben, also was wirklich von uns völlig übernommen worden ist, von dem Änderungsvorschlag, ist, es sollte eigentlich nach fünf Jahren einen Bericht geben zu dem Gesetz, wie es funktioniert, und zwar ausschließlich unter Hinzuziehung der kommunalen Spitzenverbände. Punkt aus. Jetzt haben wir vorgeschlagen, dass da noch andere Akteure mit bei sein müssten bei dem Bericht, auf jeden Fall. Und wir hatten auf jeden Fall noch den Kinderschutzbund mit reingenommen, dass der mitgefragt wird bei dem Bericht und dass der Flüchtlingsrat noch dabei ist. Jetzt ist noch zusätzlich mit dazugekommen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die Landesjugendämter. Auf jeden Fall alles eher Akteure, die sich auch mal für die Interessen der Jugendlichen interessieren, als wenn ich immer überlege, dass da jetzt wirklich nur die Verwaltungsleute vom Städtetag gefragt worden wären, die mir dann hinterher sagen, dass sie mit den Formularen einverstanden sind. Von daher fand ich das sehr, sehr wichtig, dass das reinkommt. Und die Frist ist von fünf Jahren auf anderthalb verkürzt worden. Der Vorschlag von meiner Seite war ein Jahr, also Ende nächsten Jahres. Aber das war, sage ich mal, nicht durchzusetzen. Die restlichen Veränderungen, die hier sind, ja, die machen jetzt an der grundsätzlichen Sache nichts aus. Es sind ein paar Sachen, die das etwas sauberer formulieren. Da ist eine Frage strittig gewesen. Das ist etwas allgemein formuliert worden im Gesetz. Das ist es hier genau definiert worden. Es sind ein paar Formsachen geändert worden. Da kann man überall, finde ich, mitleben oder genauso wenig mitleben wie mit dem Antrag als solches. Ich habe, ehrlich gesagt, noch keine Empfehlung, wie selbst wenn der Antrag angenommen wird. Also der Antrag wird ja angenommen werden. Ich wäre dafür, auf diesen Antrag mit drauf zu gehen. Weil wirklich ein Punkt ist fast wörtlich von uns. Außer einer leichten Datumsveränderung um ein halbes Jahr. Was jetzt wirklich heißt, dass es eben nach der Wahl stattfindet und nicht vor der Wahl. Das kann man auch sehr stark kritisieren. Die wollen es natürlich auch auf gar keinen Fall als Wahlkampfthema haben irgendwo. Falls sich da irgendwo wohl Mist zeigt. Das muss man auch so sehen. Aber wie gesagt, ich sehe keine Möglichkeit, dass jetzt... Klar, wir könnten einen Antrag stellen mit einem Ja, aber der würde auch nicht angenommen werden. Und somit können wir auch hier drauf. Deswegen würde ich auf jeden Fall plädieren, jetzt mit auf den Antrag zu gehen. Die Empfehlung, wie wir uns zu dem Antrag verhalten, möchte ich ehrlich gesagt erst am Donnerstagmorgen abgeben. Nachdem die Ausschusssitzung dann stattgefunden hat. Also ganz kurz zur Erläuterung, die Abstimmung, die Einbringung ist morgen, die Abstimmung ist Freitag, wenn ich mich nicht irre. Genau, Freitag meine ich. So, jetzt war Simone zuerst, dann Moni. Nee, dann nicht mit mir. Ich verstehe nicht, dass wir jetzt dafür stimmen sollen, da drauf zu gehen und uns im Nachhinein, wenn wir drauf sind, überlegen sollen, wie wir uns verhalten zu dem Antrag? Oder habe ich dich falsch verstanden? Ja, es gibt ja einen Gesetzentwurf von der Landesregierung. Und die Frage ist die, ohne die Änderung wäre die Frage für mich enthalten oder gegenstimmen. Jetzt durch die Änderung ist die Frage für mich enthalten oder dafür stimmen. Dass wir für die Änderungen sind, finde ich, also ich sehe da keine Frage, also da würde ich auf jeden Fall plädieren, auf den Änderungsantrag drauf zu gehen. Wie wir uns dann aber zu dem auch geänderten Gesetzentwurf verhalten, da bin ich noch nicht ganz einig mit mir. Und das würde ich wirklich gerne nach der nächsten Ausschusssitzung, weil die findet am Rande des Plenums, beziehungsweise vor dem Plenum am Donnerstag statt. Okay, Frank? Ja, mit der Klarstellung, das war jetzt, glaube ich, wichtig. Also ich glaube, hier ist aber ganz gut verhandelt worden, also für so einen Änderungsantrag. Danke dafür auch mal. Insgesamt würde ich auch das so sehen wie Olaf, dass die Zustimmung noch nicht zum Gesamtgesetzentwurf noch nicht hundertprozentig ist. Auch die Experten sind ja nach wie vor, ich sage mal, mehr oder weniger ziemlich geteilter Meinung, ob diese Verteilung der Jugendlichen in den Regionen halt richtig ist oder falsch ist, weil nach wie vor nicht geklärt ist, wie weit die Qualifizierung halt ausreichend ist. Und da wäre jetzt mal die Qualifizierung der Jugendämter, die jetzt neu die Aufgabe, die Ums zu versorgen, übernehmen müssen. Da wäre jetzt meine Frage nochmal an Olaf im Ausschuss. Ist das immer noch ein Gesprächsthema oder wie ist da der Stand im Gesetz oder was ihr da jetzt konkret dazu besprochen habt? Es gab noch diese generelle Kritik, die ist aber in dem Sinne auch eingestellt worden, weil das ist jetzt wirklich fast nicht mehr die Frage. Du kannst jetzt wirklich nur noch sagen, ja oder nein. Und das ist auch mal eine Frage an der Stelle, also das ist der Verein für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V., der hatte das noch kritisiert als einziger. Alle anderen waren eigentlich soweit damit zufrieden, vor allem auch, weil es über Handlungsanweisungen des Jugendamtes laufen soll. Die Frage ist immer die, klar, wie weit sind die Leute vor Ort geschult? Das ist ein Problem, aber ein viel, viel größeres Problem wurde in der Anhörung, sage ich jetzt mal, darauf gelegt, dass es wirklich keine Möglichkeiten gibt, acht Wochen lang für die Jugendlichen, dass sie eigentlich acht Wochen lang keine Person haben, die, sage ich jetzt mal, zumindest formell unangeschränkt auf ihrer Seite steht. Das heißt, sie haben vier Wochen lang, stehen die völlig in der Schwebe, dann kommen sie zum anderen Jugendamt und dann dauert es noch bis zu vier Wochen, bis die den Vormund kriegen. Und in der Zeit ist eigentlich Beschwerde praktisch nicht vorgesehen, außer wenn du dir jetzt die Sachen vom Städtetag anhörst, ja die normalen Beschwerdewege, ja die kennen die Jugendliche, also ich weiß ja, die kennt nicht mal ein hier großgewordener Jugendlicher, woher sollen die die kennen? Ja, da ist das größte Problem und da zeigt sich auch das, was ich am Anfang vorhin kritisiert habe, so, dass die, das Problem ist auch, mit den Kids wird in der Stadt gesprochen, nehmen wir an, die kommen jetzt an, Köln, ja gut, Köln ist jetzt blödes Beispiel, weil in Köln ist die Stelle, kommen in Bielefeld an, dann wird in Bielefeld mit denen gesprochen, dann werden Daten nach Köln übermittelt und in Köln wird dann entschieden, wo die hinkommen, ohne dass weiterhin, dass die Kölner sich jeweils mit dem Jugendlichen oder so auseinandergesetzt haben. Und ohne, dass der Jugendliche irgendeine Eingriffsmöglichkeit auf die Entscheidung in Köln hat. Er hat sich nur über Dritte, nämlich über die Personen, mit denen er in Bielefeld sprechen kann. Also das ist das größte, also das ist als das größte Problem noch aufgezeigt worden, auf die Sache, dass das Ganze mit über Verteilzentren, was du angesprochen hast, also das sogenannte Kompetenzzentren, sagen wir mal so, der politische Kampf ist verloren, ja, da kann man noch weiterhin drauf bestehen. Und dann ist aber auch wirklich, da ist aber dann auch wirklich die Frage, ob man sich an der Stelle dann raus, ob man sich für diese Frage rauszieht und dann nicht mehr kompromissbereit ist, weil man sagt, man will auch diese Kompetenzzentren, aber die sind, sage ich jetzt mal so, auf allen Ebenen, so gut auf allen Ebenen gestorben, die will kaum eine Stadt. Die einzige Stadt, wo ich da ein bisschen Ausnahmen gehört habe, ist Aachen. Okay, das heißt, Vorschlag, wir, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir regulär mit auf den Antrag gehen und stimmen dann über einen Umlaufbeschluss zum Beispiel ab, wie wir uns dazu verhalten. Ist das so? Ja, zu dem Gesetz, also zu dem, wenn ihr mit drauf, stimmen dem auf jeden zu. Ah, okay, okay, dem Änderungsantrag, gut. Dann kommt ja dann nochmal das geänderte Gesetz an. Danke, danke, Sekunde, dann, okay, 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 das heißt also, wir machen jetzt trotzdem nur eine, ne, nämlich, dann gibt es jetzt tatsächlich nur die eine Frage. Mit auf den Änderungsantrag. Genau. Mit auf den Änderungsantrag. Dankeschön, danke. So, dann können wir also zur Abstimmung schreiten über den Änderungsantrag zum fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Möchten wir mit auf diesen Antrag gehen, wer dafür ist, möge dies per Handzeichen signalisieren. Okay, ach so. Begründung, Nico nimmt wohl, enthält sich begründet, nimmt nicht teil, oh, Verzeihung. Gut. Oh, entschuldige, das ist hier dieser Kameraständer. Ja, genau, wir brauchen, genau. Mehr Transparenz bei Kameraständen. So, dann ist dies einstimmig angenommen, vielen Dank, wir leiten das dann entsprechend, ja. Okay, dann kommen wir zu dem regulären Plenarpad. Vielleicht noch selber nochmal gerade für mich kurz nachschauen. Also 25 und 17 waren die beiden Punkte. So, bei Top 1, das war genau der Punkt. Wir haben das Thema der Resolution mit den einzelnen Inhalten und Möglichkeiten gestern nicht öffentlich in der Referentenrunde besprochen. Und daher entstand dann auch der Wunsch, dass wir heute im nicht öffentlichen Teil über die Inhalte der eigentlichen Resolution, da es ja auch sich um einen gemeinsamen Entwurf handelt, dann entsprechend Verfahren. Von daher würde ich Top 1 gerne dann noch zurückstellen. Der Hinweis, dass die Referentenrunde Michel vorgeschlagen hat, ist ja schon öffentlich. Gibt es dazu gerade Fragen? Stellen wir den so lange zurück, danke. Zweitens, aktuelle Stunde, hatte ich eingangs kurz erläutert. Ich selber war so frei, habe einen Vorschlag eingetragen. Unser Antrag lautet ja Vorrang für den Klimaschutz oder Kohleverstromung bis zum St. Nimmerleins-Tag. Dazu kommen halt die Anträge von CDU und FDP. Dies alles im Zusammenschluss mit einer Unterrichtung der Landesregierung. Ich wollte ganz gezielt Danebut fragen, ob er die Rede dann dazu halten möchte. Weil wir haben tatsächlich 16 Minuten. Und jetzt haben wir das sogar aus Versehen doppelt drin. Von daher könnten wir auch zwei Reden halten. Frage? Danebut. Ja, 16 Minuten ist natürlich sportlich, ne? Also... Bisschen mehr. Bitte? Bisschen mehr. Ja, soll ich die 16 Minuten durch die es alleine machen, oder wie? Was ist jetzt die Idee? Simone. Mach doch erst den ersten Teil, und dann hast du hinterher noch Raum, um entsprechend zu erwidern. Je nachdem, was Sie ja für ein Kappes erzählen. Ja? Weil, ich meine, Braunkohle, Ausstieg, klar, ich meine, du bist da so drin. Ja, was ist mit Michel? Der ist nicht in Braunkohle, das habe ich schon gesehen. Ja. Ja, aber die Idee war, dass der vielleicht auch als Fraktionsvorsitzender was sagt, also dass wir uns das teilen. Wie ist das mit dem was passiert? Also, soweit ich weiß, ist auch Nix ist dran, und schreibt ihm so einen Entwurf, oder so ein paar Dinge, die er sagen könnte. Dann fährt er das doch mit Michelin. Ja. Schreibt das dann ins Gespräch. Genau. Machen wir so. So, Dankeschön. Ich trage das mal entsprechend hier. So. So. Gut. Nixus hat das vielleicht jetzt gerade mitbekommen. Ah, da tut sich gerade was. Okay, wunderbar. So. Drei steht weitestgehend. Also, ich gehe jetzt einfach nur kurz durch, und wenn eine Lücke ist oder irgendeine Rückfrage, dann stupst mich eben schnell an. Drei steht soweit, vier steht soweit. Fünf. Vectoring-Monopol der Deutschen Telekom verhindern. Ein schöner Kernthemenantrag. Hier gibt es den Wunsch seitens des Abgeordneten Schulz, der heute aus terminlichen Gründen, ich glaube, der ist vor Gericht, also jetzt nicht als Kläger, so rum. Jetzt wollte ich fragen, weil regulär hätte ich dies in dem Bereich bei Lukas und oder Joachim gesehen. Jetzt wollte ich kurz fragen, jetzt sehe ich die ersten Wortmeldungen. Lukas Simone Toso. Lukas Moni Toso. So, das, ja. Sekunde bitte. Fünf. Toso, bitte. Dankeschön. Ich mag mich falsch erinnern, aber ich glaube, wir haben irgendwann in den letzten Fraktionssitzungen gesagt, dass Lukas quasi unser Mann für das Thema ist. Also jetzt nicht speziell für Vectoring, sondern halt was Netzpolitik angeht. Und ich fände es total super, wenn wir ihm nicht nur das Vertrauen aussprechen, sondern ihn dann auch seine Arbeit machen lassen würden. Das fände ich total sinnvoll. Da jetzt wieder aufzuteilen, halte ich gerade zum jetzigen Zeitpunkt und an der Stelle nicht für sinnvoll. Also auch wenn ich Dietmar das ohne Probleme zutraue, so wie ungefähr jedem in der Runde dazu zu reden, fände ich es total sinnvoll, wenn Lukas dazu redet. Moni? Ja, im Grunde das Gleiche. Also ich finde, wir müssen, das geht in den Wirtschaftsausschuss und wir haben da Leute sitzen und die sind da neu. Das heißt, wir müssen die da etablieren und da jetzt, also wir haben doch irgendwie gesagt, wir wollen Themen mit Köpfen verbinden und insofern sehe ich das genauso wie der Tose. Dann nehme ich mich einfach selbst dran. Ja, bitte. Der Dietmar hat ja bereits letzte Woche gesagt, dass er da halt eine persönliche Bindung zu diesem Thema hat und zwar halt weniger Vectoring, sondern mehr irgendwie gegen Monopolisierung, weil er hat das irgendwie ins Parteiprogramm gebracht und fühlte sich da halt emotional mit verbunden. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe das im Pad gelesen Ende letzter Woche, allerdings hat es Dietmar scheinbar aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, mit mir zu reden. Hätte er das gemacht, hätte ich ihn davon überzeugen versucht, dass ich ganz gerne diese Rede halte, weil ich es einfach aus Gründen der Kontinuität für sinnvoll erhalte. Ich hatte die letzten Breitbandreden dazu im Plenum und auch zur aktuellen Stunde. Ich war beim runden Tisch Breitband und das ist einfach konsequent, das dann halt entsprechend weiterzuführen. Also ich werde das dem Dietmar auch nochmal sagen, er wird es vermutlich auch noch nachlesen, aber ich spreche nochmal mit Dietmar. Ich denke, er ist da auch einsichtig. Er hat sich nur, glaube ich, vorgeschlagen. Also wir kennen das, wir wissen, dass das manchmal ja doch dann zu Diskussionen kommt. Ich hätte gerne ein Votum der Fraktion, dann glaube ich, ist das eventuell. Frank, bitte. Entschuldige, Joachim, entschuldige. Du kannst auch gerne heute mal mithelfen. Ich bin mit allem einverstanden. Ich möchte dann allerdings, dass der Redner im Plenum diesen Top auch im Ausschuss vertritt. Sofern es mir zeitlich möglich sein wird, würde ich das selbstverständlich tun. Frank noch? Ich wollte jetzt nur sagen, aber das hat sich jetzt gerade ergeben. Also ich glaube, wir brauchen nicht hier eine Abstimmung, zumal einer jetzt nicht da ist. Die werden das schaffen, das miteinander zu klären. Bin ich überzeugt. Ihr schafft aber sozusagen diese Rücksprache heute noch. Und zwar so schnell wie geht. Denn ja, es ist schon Top 5 am morgigen Tag. Und es ist dann nicht schlecht, wenn im Vorfeld immer bekannt ist, wer zu einem Thema spricht. 6 gab es nur eine Änderung, genau. 6 ist geklärt. Ich gucke gerade Richtung Simone. Okay. 7 ist auch geklärt, glaube ich. Daran wird. 8 sehe ich auch als gesetzt. 9 war nochmal die Anmerkung mit dem umgekehrten Verfahren. 10 werden Sprachdolmetscher geklärt. 11 ist inhaltlich weitestgehend auch geklärt. 12 ist ebenfalls weitestgehend geklärt. Versorgungsbezüge gerade kurz. Eilantrag 13 hat sich ja jetzt erledigt. Noch 14 wird sich ja dann ändern. Genau. Antrag der CDU, genau. Kompetenzzentrum terroristischer Aktivitäten ist soweit gesetzt. 15, Kinderbildungsgesetz, genau. Da kurz die Info gestern noch aus der Referentenrunde. Das machen ich als Stellvertreter auch. Olaf, wenn wir, also, dass wir gucken, dass wir da im Laufe des Nachmittags zusammenkommen. Und sei es, müssen wir halt trotzdem. Nachrichtlich. Kriegen wir trotzdem hin. Weil, da wollen wir ja zumindest auch noch die Zielrichtung abliefern. Genau. 16 ist, Nico ist gesetzt. 17 wird geschoben. Mit der Zustimmung der anderen, genau. Ja. Ja. 18, genau. Gesetz zur Änderung des Gebührengesetzes. Da gab es einen kurzen Knoten zum Gebührengesetz. Da meldet sich der Frank. Da hätte ich gerne mal eine interne aus der PGF-Runde, von der du nichts berichten darfst. Aber wieso reden dazu? Wer hat das, wie kam das? Da werden Formulierungen, also da werden Bezeichnungen von Ämtern im Gesetz geändert. Vielleicht muss man zu Gesetzes mal nehmen. Es gab den Wunsch und da traditionell... Nee, wir haben schon über Gesetze gar nicht geredet. Bitte? Entschuldigung, hier war eine Seitenbemerkung. Vielleicht muss man über Gesetze reden. Nein, wir hatten schon zweimal den Punkt, wo wir uns beschwert haben allerdings, dass nicht über Gesetze geredet wird. In dem Fall wäre ich tatsächlich mal anderer Meinung, weil ich habe keine Ahnung, was man da zu Protokoll geben sollte. Gleichwohl. Also ich begrüße es, dass dann auch trotzdem, selbst wenn es nur diese marginalen Änderungen sind, dass dann zu diesem Gesetz gesprochen wird. Also wenn du magst, dann kann ich auch eben kurz dazu reden, wenn du das möchtest. Ich habe da überhaupt kein Problem. Frank? Ja, um das klarzustellen, natürlich werden wir dazu auch einen Redebeitrag leisten. Keine Frage. Okay. Aber, jetzt sehe ich auch gerade, Achtung, neue Rede wird zum Protokoll gegeben. Also von daher ist eine Info, die kam dann... Also die anderen PGFs sind sich dann wohl doch einig. 19 haben wir eine Lücke. Ah ja, stimmt, Entschuldigung, das ist eine reine Überweisung. Ah ja, genau, dann kommen Sie langsam, die ganzen regulären Neueinbringungen, die Zustimmung zur Überweisung. Dann kommen wir zu Top 22, Rechtssicherheit für offene WLAN. Bund darf die Wünsche der Bundesländer bezüglich der Störerhaftung nicht ignorieren. Lukas? Also sofern Interesse besteht, kann ich irgendwie auch kurz erläutern, worin es in diesem Antrag geht. Ansonsten würde ich auch gerne dazu kurz was sagen und sehe nicht, dass wir das ablehnen brauchen, können dem da halt auch zustimmen, auch wenn ich persönlich denke, dass der Antrag ja das nochmal wiederholt, was im letzten Plenum gelaufen ist und im Plenum davor und im Bundesrat. Also es ist eigentlich alles klar und der Antrag sagt nochmal ja. Dieses Mauspad ist gefährlich. Dieses Pad ist gefährlich, es klemmt manchmal. Nein, dieses, das Touchpad, so. Oh, Joachim, bitte. Also steht hier explizit mit dabei. So, das ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm. Genau, ohne Debatte, mit Ausschussüberweisung halt. 23 von Daniel Schwert, 24 Einbringungen, wo noch nicht, wo auch die Referenten noch untereinander schon mal gucken, wie es verteilt wird. Dann haben wir die, die gerade eben besprochene Einbringung des fünften, fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder-Jugend-Hilfe-Gesetzes, was wir ja schon eingangs hatten. Genau. Und da ist ja dann auch schon der Änderungsantrag besprochen worden gerade eben. So, dann Einbringung, europäischlich Vergaben, ist geklärt, Transplantation, Nachwahl im UABLB, habe ich vergessen hier einzutragen. Die Abstimmungsempfehlung ist Zustimmung, es handelt sich um eine reguläre Umbesetzung. Dann folgen wie immer die Petitionen, gibt es Wunsch, eine bestimmte Petition öffentlich zu debattieren. Donnerstag, da geht es dann in den großen Haushaltsbereich. Genau. In der Referentenrunde gestern kam tatsächlich auch heraus, dies Dietmar zu überlassen. Vielleicht, wenn Einzelne in der Grundsatzdebatte, als Vorschlag in der Grundsatzdebatte, einen bestimmten Punkt zu 20 oder 12 zusätzlich herausstellen wollen, in Verbindung mit der Finanzplanung vielleicht, gibt es da noch bestimmte Redewünsche, dann können wir direkt in die Einzelpläne gehen. Dann haben wir nämlich einmal die 10 im Bereich Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Danebutt-Simone, ihr seid euch da grün. Arbeit, Integration, Soziales ist ein bisschen weiter gestreut. Nee, ist Simone Toso. Genau. Gibt es dazu noch Rückmeldungen? Ich frage kurz. Simone? Nur kurz, weil wir noch nicht besprochen haben. Ich brauche nicht viel Zeit. Also, du kannst gucken, also gib mir drei Minuten, das reicht mir dicke. Dann würdest du als Erster reden und ich dann im Zweiten. Ich denke auch. Trotzdem Reihenfolge, Toso Simone. Ja. Toso, okay? Okay. Vielen Dank. So, Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. 14. Würde ich jetzt vorschlagen, einen zu tragen, Joachim und Danebutt und oder Joachim und oder Lukas. Lukas im Rahmen vielleicht mit seinem Bezug auf Handwerk. Es ist nur ein Vorschlag. Deswegen Joachim, Lukas. Kurze Rückmeldung. Kreon, auch gut. Ich wollte nur kurz zum Vorschlag Lukas was sagen, weil ich ja jetzt die Debatte Haushalt verfolgt habe in den letzten beiden Sitzungen im Wirtschaftsausschuss. Es wurde sehr, sehr viel über Breitband. Nicht nur, dass es dort Haushalt entsprechend auftaucht, sondern es wurde auch sehr viel im Ausschuss darüber gesprochen. Deshalb ist die Idee gar nicht so abwegig. Vielleicht überlegst du kurz, Lukas, ob das Sinn macht. Ansonsten weiß natürlich Joachim Bescheid. Lukas, bitte. Ich glaube, der Joachim, der ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt in Sachen Breitband. Er hat das ja auch schon mal durchaus gemacht und kann das Thema auch gut vertreten. Auch vielleicht in einem umfangreicheren politischen Rahmen, als ich es kann. Insofern fände ich das halt auch nicht schlecht, da halt auch eine Art Generaldebatte anzustoßen mit Breitbandschwerpunkt, was es ja eigentlich auch sein soll innerhalb so einer Haushaltsrede. Weil da kann man dann nämlich halt auch eben alle Zukunftsaspekte einbringen und halt auch einfach uns die Frage stellen, wohin wollen wir irgendwie in 20 Jahren sein, Industrie 4.0 und so weiter. Da ist der Joachim ja auch bereits dran, hat das ja, glaube ich, als sein Thema erkoren. Insofern könnte ich mir das da auch vorstellen, dass man da an diesem Punkt wesentlich größer denkt, als jetzt halt beim Vectoring, wo es halt um eine sehr präzise Sache geht. Joachim. Ja, danke. Ja, die Breitbandpolitik ist einfach das Paradebeispiel für das insgesamt wirtschaftspolitische Versagen der Landesregierung. Also von daher, wie Lukas sagte, muss man da schon einen etwas größeren Rahmen spannen und eine Generalkritik vom Stapel lassen. Und da freue ich mich drauf. Okay, dann noch kurz die Rückfrage, Versäumnisse, Energiepolitik, nehmt ihr das dann mit oder soll Danabot dann dazu nochmal in die Bütt? Danabot, wie siehst du das? Weil wir haben ja auch schon den Klimabereich, wie sieht das haushalterisch aus, dann mit dem energiepolitischen Bereich dann auch nochmal? Ja, kann ich machen, wenn die anderen Zeit übrig lassen und zu dem Thema nichts sagen, kann ich das machen, ja. Machen wir mit drei Rednern oder wie? Nee, zwei. Ja, die Frage ist, also welche Schwerpunkte bei mir liegen da in dem Bereich? Ich kann in meinem Umweltbereich, Einzelplan 10 werde ich auch schon was zu Klimaschutz sagen und Dekarbonisierung. Das wäre natürlich auch ein Schnittpunkt zur Energiepolitik mit der Braunkohle. Deshalb muss das nicht unbedingt, muss ich das nicht unbedingt auch nochmal im Energiebereich wiederholen. Ja, das ist vielleicht die dezentrale Stromversorgung. Okay, jetzt hatte ich aus Versehen, also Moni hatte sich gemeldet, dann nochmal Joachim. Also erstens finde ich es gut, wenn du sagst, du kannst im Umweltausschuss das sozusagen und Braunkohle ist durch. Da hatten wir eine aktuelle Stunde, da hatten wir eine Unterrichtung, da müssen wir nicht einen Tag später nochmal wieder anfangen. Insofern finde ich es eigentlich gut, hier ganz klar auch für uns einen Schwerpunkt zu setzen und halt, wie wir es gesagt haben, Joachim da reden zu lassen. Ich glaube, wenn man das so zersplittert, da kommt nicht so richtig viel mehr rum. Ich fände es besser, da wird einer einen guten, großen Aufschlag machen und man muss ja auch nicht über jeden. Es gibt ja keinen Zwang, über jedes Thema zu reden, was da ja jemals aufgeschlagen ist. Okay. Achso, Joachim noch? Ja, ein Satz noch. Es geht um Netze. Völlig Wumpe, ob Breitband oder Energie. Und am Beispiel Netz sieht man das gesamte Versagen des klassischen politischen Denkens. Punkt. Also haben wir das gesetzt. 07, Familie, Kinder, Jugend, Kultur, Sport, das ist ja tatsächlich alles in allem. So, Lukas Sport, Lukas auch Kultur oder? FKJ, Olaf, ich, du? Zusatz, ja. So, okay. Ablehnungsempfehlung für den anderen Bereich kommt dann noch. Haben wir was von Kultur gehört in diesem Zusammenhang, was den Haushalt angeht, Lukas? Haben wir aus dem Bereich Kultur eine Abstimmungsempfehlung, was den Haushalt angeht? Ich habe spontan, aber sicherheitshalber nochmal. Ja, ja. Danke. Danke. Okay. Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Creon, Stefan, Stefan Creon. Aber es geht um Netze. Das ist die andere Form von Netzen. Ja, ne? Die gleiche Rede, nur mit Leerrohren. Okay, Justizministerium, Dietmar ist gesetzt, ärgerlicherweise auch da, der Zeit, den Zeitmangel geschuldet, die Kombination Justiz. Jetzt war jetzt noch die Frage, Nico, gab es noch einen Bereich, wollte ich bei dir noch gefragt haben, im Bereich Justiz, der da untergegangen sein könnte? War ja relativ, war jetzt nur eine persönliche Nachfrage. Okay. Gut. Deswegen, das ist ja das Ärgernis, gerade die Sache mit der Rücksprache, müssen wir dann auch noch im Laufe des... Wie hatten wir in der letzten Sitzung? Ich habe es gerade auch nicht parat. Danke. Innovation, Wissenschaft, Forschung. Joachim Creon, Joachim, Ablehnung. Wie bei Netzen. Wissenschaftsnetze. Else 3, ach ne. Inneres und Kommunales. Dietmar, wenn Dietmar nicht will, Toso zum GFG. Insgesamt aber vielleicht auch noch Frank oder Dirk. Okay. Finden wir hier eine schnelle, gütliche Einigung? Fragezeichen. Toso. Also ich würde an der Stelle relativ ungern zum Punkt reden, weil es gibt im Endeffekt nicht viel Neues. Das, was da drin steht, habe ich schon mehrfach gesagt. Dietmar hat da schon mehrfach gesagt. Die ersten zwei Jahre hat Dietmar immer die Rede zum GFG gehalten. Deshalb steht Dietmar da drin. Beim letzten Aufschlag gab es da ein bisschen Differenzen. Deshalb habe ich es jetzt extra breitestmöglich da reingeschrieben. Ich fände ganz schön, wenn wir da den inhaltlichen Schwerpunkt drauflegen würden, auf die Versäumnisse, so wie Frank das geschrieben hat. Das fände ich, oder ich weiß nicht, wer das da in Türkis geschrieben hat, aber es sieht nach deiner Richtung aus. Ich glaube, das wäre am sinnlichsten. Also wenn wir da jetzt mit technischen Einzelheiten zum GFG nerven, gehen bestimmt viele Kinder schnell schlafen, aber es ist halt nicht... Das knurbeln wir jetzt gleich aus. Aber ansonsten wollte ich auch gerade sagen, das entspricht zwar meiner Meinung, das hat aber trotzdem, habe ich das nicht geschrieben. Und insofern ist das hier ein Sonderhaushalt eigentlich. Das heißt, das Geld ohne Ende ist natürlich nicht richtig, aber es ist unheimlich viel Geld da. Es ist vor allem auch an sehr vielen Stellen im Haushalt Geld da, was überhaupt nicht für etwas Konkretes vorgesehen ist in dem Haushaltsplan. Aber das ist auch gerade das Problem, das zeigt einfach, es ist kein Konzept da. Und das ist der Kritikpunkt, da ist also ganz viel Hilflosigkeit auch zu erkennen und überfordert sein und überrannt sein und weiß nicht was. Und das wird da auf jeden Fall der Schwerpunkt sein. Bereich Polizei, das ist etwas, was wir uns gleich noch kurz austauschen. Und dann schreiben wir das da rein. Ansonsten GFG... Ne, ist schon klar. Ich sage mir ganz kurz zur Erinnerung, war GFG zuerst oder hinten dran? Vielen Dank für den Hinweis. Beim Einzelplan 01 Landtag findet leider halt ohne Debatte statt. Die Überlegung, dass wir vielleicht fürs nächste Jahr das dann tatsächlich mal beantragen, egal wie, egal wann, dass genau zu Einzelplan 01 debattiert wird. Der Grund ist folgender, man möge mich korrigieren, dass LDI fällt haushalterisch genau mit in den Einzelplan 01 im finanziellen Bereich, während es von dem ausführenden Part her eher ans MIG, obwohl es eigentlich unabhängig ist, aber ich glaube, der größte Teil der Sachen, die behandelt werden, liegen tatsächlich aus der Praxis heraus beim MIG. Auch wenn die halt in allen Bereichen arbeiten, das LDI. Aber wie gesagt, haushalterisch fallen sie mit in den 01. Von daher, wir als Piraten, denke ich mal, sollten da dann irgendwann schon mal mit auf die Debatte gehen. Frank, du wolltest noch ergänzen? Ja, wie gesagt, Debatte sehr gerne. Und wir fangen da auch direkt mit an, weil die ersten Gespräche werden ab Januar geführt dazu. Sehr gut. Weil dann wird der Haushalt vorbereitet. Wir müssen an der Stelle sogar anmerken, dass eine Anregung aus dem letzten Jahr, die wir reingebracht haben, die wir ja auch abseits der Debatte mit einem eigenen Antrag angemerkt hatten, nämlich mehr Personal für den LDI, hatten wir während der letzten Haushaltsberatung 2015 angemerkt, ist natürlich abgelehnt worden. Aber der Gedanke ist aufgegriffen worden im neuen Haushalt. Es sind mehr Leute da. Nein, doch. Unfassbar. Okay, das erklärt so einiges. Einzelplan 16, ein neuer Titel, Verfassungsgerichtshof. Das, was beim LDI bisher nicht möglich war, ist dann beim Verfassungsgerichtshof zur Stärkung der Unabhängigkeit tatsächlich geschehen. Ups, aber auch hier ist keine Aussprache vorgesehen und irgendwas habe ich jetzt gerade hingekriegt, was ich nicht hinkriegen wollte. Bitte um Verzeihung. Ah, dann kommen wir zum Freitag. Da haben wir, genau, Siehe, Vortag, Top 1. Schöne Anmerkungen seitens Dietmar. Dann haben wir Einzelplan 02, Ministerpräsidentin Staatskanzlei. Da in diesem Zusammenhang, weil es ist ja obendrein Landesplanung, Europa, eine Welt und Medien. Okay, Nico, zu Einzelplan 02 sprichst du, gehen wir mal von aus, eventuell dann zusätzlich. Genau, deswegen jetzt meine Rückfrage. Machen wir auch Bereich Medien, wäre jetzt die Frage. Lukas? Ach so, okay. Lukas signalisiert für den Bereich Medien. Zustimmung, Verzeihung. 05, Schule, Weiterbildung. Moni, Überlegung, Teilung mit Michelle oder? Nicht, ich frage nur gerade. Okay. Die Landesregierung ist stets bemüht. 15. Gesundheit, Emanzipation, Pflegealter. Jetzt haben wir hier das Problem, Daniel ist krank, wenn ich das richtig sehe. Wer würde dies stellvertretend übernehmen können? Wollen und oder sollen? Toso meldet sich, aber jetzt erstmal Toso, dein Wortbeitrag. Ja. Keine Sorge. Sollen sehe ich mich auf jeden Fall in der Pflicht. Restliche Verben und Adjektive spare ich mir an der Stelle. Also ich bin da durchaus auch notfalls, nicht notfalls, sondern ich bin auch durchaus für eine andere Lösung zu haben. Aber selbstverständlich würde ich das übernehmen. Allerdings sehe ich gerade bei Pflege mehr als mich. Genau. Okay. Dann klären wir das auch noch kurz im Laufe des Nachmittags. Ich stehe ja auch schon mit drauf. Moni? Moni, bitte. Nee, ich würde den Olaf gerne erst. Achso, Olaf, bitte. Nochmal Mikro. Falsch gedrückt. Ich habe eigentlich jetzt eine Frage, weil da steht, Emanzipation kann man zustimmen. Ich meine, okay, lass mal die Doppeldeutigkeit jetzt mal außer Acht. Ja, Entschuldigung. Das war gerutscht. Nein, die Frage, die Frage genau mit dem Zustimmen. Genau, können tue ich viel. Kann man es nicht besser machen, weil das ist immer für mich eigentlich die Frage beim Haushalt. Sobald ich es nur in der Idee besser machen kann, kann ich mich nur noch enthalten. Deswegen finde ich es immer so schwierig mit solchen Sachen, dann mit Zustimmung, gerade beim Haushalt. Deswegen frage ich so. Ja, ich sehe das genauso wie du. Der Haushalt ist nicht schlecht. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es auch da noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich selber werde diesbezüglich nachher mich auch noch mal mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Heute ist ja auch noch NSU. Ich hoffe, das geht nicht ganz so lang. Ansonsten muss ich da halt noch mal ein paar Mails rumschicken. Ich werde das auch im Laufe des Tages dann heute noch mit fertig machen. Es wird ein langer Tag heute. Okay. Zweites Gesetz. Jetzt kommen noch ein paar reguläre Anträge. Zweites Gesetz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes ist zweite Lesung. Genau, Creon ist gesetzt. Die Rede steht schon unter Bemerkung. Und dann haben wir die finale Abstimmung zum fünften Gesetz inklusive des dann höchstwahrscheinlichen Änderungsantrags zum fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, was wir gerade besprochen haben, eingangs und mittendrin. Vielleicht kannst du dann, können wir jetzt gleich eben hier gemeinsam kurz die Eckpunkte noch mal eintragen. Zweite Lesung. Dann wäre der Plan, dass wir um 14.30 Uhr mit dem Freitagsplenum fertig sind. Und gibt es noch weitere Änderungen im Rahmen der Tagesordnung für die anstehenden Plenartage? Okay, das nicht. Dann würde ich jetzt tatsächlich den Top schließen. Ich muss hier jede Menge eben wegscrollen. Top 4 schließen und um 11.22 Uhr bis 11.35 Uhr eine etwas längere Pause machen, damit ich ein paar Dinge abklären kann. Das heißt, dass wir pünktlich um 11.35 Uhr gleich weitermachen mit den restlichen Tops auf der Tagesordnung. Ich danke euch erstmal. Bis gleich. Ich danke euch. So was ist Einstimmigkeit? Ich danke euch. Ich danke euch. Bislang waren alle einverstanden. Ich danke euch. 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 Okay. Ich danke euch. Ich danke euch. Sekunde. Ich danke euch. 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 Arbeitsgruppe mit den lokalen Repräsentanten von NRW Invest. Ich habe auch letztes Mal gesagt, dass sich die Interessierten zusammensetzen sollten. Das hat leider nicht stattgefunden, weil ich wäre ja auch einer von denen gewesen. Hat leider nicht stattgefunden. Ist jetzt doof. Nochmal als Hinweis auch, klar ist das Ding wirtschaftlich orientiert, aber der Aufsichtsrat ist dafür da, zu gucken, was macht NRW Invest. Und da kommt HFA auch zum Zuge, weil als landeseigene Gesellschaft von NRW Invest muss halt geguckt werden, wofür gibt das Land da Geld aus. Es ist ja sinnvoll, wie NRW Invest arbeitet. Und da hängt es halt außer Finanzen, aber auch Wirtschaft irgendwo dazwischen. Okay, dann habe ich gesehen Joachim Moni. Okay, also ich sehe eine natürliche Verbindung zur Sprecherfunktion im Wirtschaftsausschuss und zur Position in diesem Aufsichtsrat. Ansonsten müssten wieder bilaterale Gespräche zwischen dem Aufsichtsrat-Mitglied und dem wirtschaftspolitischen Sprecher stattfinden. Von daher finde ich das besser, wenn das alles in einer Hand ist. Ich weiß, Ämterakkumulation oder so, aber ich würde das gerne machen. Ja, leider ist Herr Dietmar nicht da. Mir geht es so ein bisschen auch um die Arbeitsbelastung. Ich weiß nicht, wer in welchen Gremien sitzt, aber gefühlt sitzt der Dietmar in sehr vielen Gremien, sodass ich einfach so von der Belastung und von der Aufgabenverteilung ... Du bist meines Wissens jetzt nicht noch schon in irgendwelchen ... Ich bin nur im Kuratorium der Johannes-Rauh-Forschungsgemeinschaft. Ja, okay. Das ist aber kein ... Also, ich meine mal so von der Seite betrachtet. Also, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber gefühlt ... Klima-Expo bin ich auch drin. ... macht Dietmar ganz, ganz viel und wir können das ruhig auf mehrere Schultern einfach auch verteilen, meiner Ansicht nach. Ich kann ja auch nur sagen gefühlt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen hierzu? Das ist nicht der Fall. Dann ... Weil wir müssen ... Warum wir das heute entscheiden müssen, hängen vor allen Dingen damit zusammen, dass wir entsprechend ja auch das Ministerium und natürlich die Stiftung selber informieren, damit fristgerecht die Einladung für die kommende Sitzung versandt werden kann, beziehungsweise die Absagen der Einladung. Sehr gerne, Toso. Wählen wir da einen ... Vorschlag, den dann dieser Vorstand noch bestätigt. Wir wählen den Entsandten direkt. Gibt es dazu einen Vertreter? Macht jede Fraktion eine eigene Vertretungsregelung? Wie funktioniert das? Also, wir könnten jetzt beispielsweise Joachim als Haupt hinschicken und Dietmar dann als Vertreter. Dann lass uns doch so eine Lösung nehmen. Dann können die Sie immer noch abwechseln, wenn es drauf ankommt. Gut, dann können wir ja entsprechend zwei Abstimmungen durchführen. Einmal über die eigentliche Entsendung und über eine Krankheitsstellvertretung. Sollte es keine Stellvertretung geben, da ich hier jetzt auch nicht die Satzung entsprechend von NRW Invest vorliegen habe, revidiert sich natürlich diese Entscheidung automatisch. Lukas, bitte. Ich habe mal eben Monis Gefühl gegoogelt und es ist so, dass der Dietmar noch Mitglied des Parlamentarischen Beitrats der NRW Bank ist und Mitglied in der Vertreterversammlung des Versorgungswerks. Das heißt, er ist in zwei weiteren. Joachim ist in einer. Wenn man das also sagt, man möchte das ausgeglichen haben, dann wäre der Joachim jetzt dann noch in einem zweiten. Also nur so als Verfahrensvorschlag. Vorausgesetzt, dass es aktuell, was der Dietmar da angegeben hat. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nico, bitte. Mir ist nicht bekannt, dass wir zur zweiten Stellvertreter in dieses Gremium entsenden. Würde mich auch überraschen beim Aufsichtsrat mit dem Stellvertreter. Insofern weiß ich nicht, welchen Posten wir dann da tatsächlich besetzen. Wir würden dann nur direkt eine formalisierte Stellvertreterregelung schaffen, das alles. Nico, ich erläutete doch gerade. Ich erläutete gerade bereits, sollte dies laut der Satzung entsprechend der NRW Invest nicht möglich sein, würde sich diese Stellvertreterregelung eh revidieren. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir Approval. Das heißt, 50 Prozent der Stimmen für eine Person müssen zusammenkommen. Regulär, wen entsenden wir nach NRW Invest? Wer würde für Dietmar stimmen? Sekunde, jetzt habe ich gerade, Entschuldigung, nehmt noch mal schnell die Hand runter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte das ganz bewusst. So. Wer würde für Dietmar stimmen? Ich nehme mal meine Hand wieder runter zum Aufschreiben. Entschuldigung. Also, Toso, ja, ja, Toso. Ich gerade weiter, Daneboot, Dirk. Da geht dann keinem dagegen. Keine Enthaltung. Wer würde für Joachim stimmen? Achso, ich habe Verzahung. Ich rücke und ich hatte vergessen, mich so aufzuschreiben. So. Das sind Toso, Moni, Stefan, Joachim, Nico, Eon, Frank, Dirk, Grumpy. Bei Nichtbeteiligung von Olaf, das war es, okay. Spricht sich jemand dagegen aus, dass wir damit Dietmar als mögliche Stellvertretung gesetzt sehen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann haben wir beim letzten Mal die Diskussion geführt, trotz alledem. Brauchen wir den Titel Netzpolitischer Sprecher? Hatten gesagt, dass wir dafür sind, hatten aber zugleich gesagt, dass wir die Kandidatur dann nochmal auf den 1.12. verschieben, um das festzulegen. Da wollte ich jetzt nochmal fragen, gab es da bereits Rücksprachen untereinander, Gespräche miteinander? Sollen wir das noch einmal auf den 7.12. verschieben? Gibt es da, weil ansonsten, es gibt den Wunsch, das auf den 7.12. zu schieben. Gibt es weitere Wünsche? Gut. Lukas, bitte. Ja. Ich war ja ganz froh, dass wir beim letzten Mal das Ganze geschoben haben. Die Fraktion hat sich entschieden, wir brauchen einen, das kann ich nachvollziehen. Ich wollte aber beim letzten Mal nicht mich dafür irgendwie melden, weil das ist eine Entscheidung, die fällt mir halt nicht so einfach, da halt irgendwie zu sagen, ich mache das oder ich mache das nicht, weil das wird halt echt gut überlegt sein mit allen Konsequenzen. Denn der Bereich Netzpolitik ist ein schon brisanter und sehr wichtiger Bereich für uns in der Fraktion, aber auch für die Piraten an sich, sowohl in NRW als auch ja bundesweit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen so eine Art Ehrfurcht vor diesem Themenbereich, weil es einfach ein Riesending ist. Und wenn man sich dafür meldet, dass man eben der netzpolitische Sprecher sein will und sich für diesen Themenbereich federführend den Hut aufsetzt, dann bedeutet das gleichzeitig, dass man unglaublich viel Verantwortung übernimmt. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet ziemlich viel zu schleppen und zu tragen. Ich habe für mich oder an mich den Anspruch, dass ich die Sachen, die ich mache, versuche immer möglichst voll auszufüllen. Und das ist halt ein Riesenbrocken. Ich habe schon mir echt intensiv Gedanken dazu gemacht, immer wieder. Und das pendelte so hin und her, ob ich mir das vorstellen könnte oder nicht. Ich muss sagen, ich habe es mir schon recht früh vorstellen können. Aber wie gesagt, es war halt eben dieser Respekt vor dieser Aufgabe. Und ich habe auch mit meinem Team quasi darüber gesprochen. Ich habe mit einigen Referenten halt darüber gesprochen, die halt auch schwerpunktmäßig in diesem Bereich tätig sind. Und ich bin zusammenfassend unter dem Strich dazu gekommen, dass ich es mir vorstellen könnte, dass ich es gerne machen wollen würde. Gleichzeitig muss ich jetzt auch schon sagen, dass ich das nicht alleine schaffe. Ich brauche in dem Bereich wesentlich mehr Unterstützung von euch allen als vielleicht in anderen Bereichen, als im Bereich Kultur und Medien oder sonst irgendetwas. Und das hat dann auch nichts damit zu tun mit, ja, du kannst mich jederzeit ansprechen und du kannst dir meine Hilfe abholen. Ich bin darauf angewiesen, dass man mich auch ohne Aufforderung unterstützt in diesem Bereich, wenn wir diesen Bereich vernünftig ausfüllen wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich sage, ich würde das tun, dass ich dann auch noch innerhalb des Fraktionsgefüges daran arbeiten wollen würde oder dafür kämpfen würde, vielleicht noch eben die ein oder andere Ressourcenverschiebung innerhalb des Fraktionsgefüges zu machen, um das halt auch entsprechend auszufüllen, um da halt wirklich, ich sage jetzt mal, das abzuliefern, was man auch ein Stück weit von uns erwartet. Insofern, Oliver hat letztes Mal bereits sein Interesse bekundet. Ich werfe meine Schiebermütze jetzt auch mal in den Ring. Im Endeffekt müsst ihr das entscheiden, aber ich wollte das halt einfach nur gesagt haben. Ich hoffe auch, dass ich zum Jahresende hin in einem kleinen, aber nicht gerade arbeitsarmen Bereich auch noch entlastet werde, in der Entgärtkommission. Das hat auch in die Entscheidung reingespielt, dass ich mir dann halt eher vorstellen könnte, das zu tun, weil momentan frisst es halt unglaublich viel Zeit und Kraft. Insofern ist das quasi auf diese Art und Weise meine Kandidatur. Vielen Dank, Lukas. Ich würde dann ganz gerne auch nochmal Creon aufrufen. Ich habe inhaltlich dem Lukas nichts hinzuzufügen. Ich will das so stehen lassen, was er gesagt hat. Das war sehr gut. Und spricht auch dem, was ich von der Position sozusagen netzpolitischer Sprecher halte. Ich habe beim letzten Mal natürlich vor allem ein bisschen aus taktischen Gründen um die Entscheidung, nicht einfach so ohne darüber nachzudenken, durchgehen zu lassen, auch mein Interesse bekundet. Ich denke, wir haben uns schon deutlich auch in der Plenarübersicht jetzt schon für Lukas ausgesprochen. Ich halte meine Bewerbung deshalb nicht aufrecht. Ich habe vorher nach der letzten Sitzung, weil Joachim auch nicht da war, habe ich nochmal mit Lukas gesprochen gehabt und kurz auch mit Joachim, der ja sowohl im Medien- als auch im Wirtschaftsausschuss ist, was für uns so die Ausschüsse sind, wo es eine große Bedeutung hat, die netzpolitische Arbeit. Und ich fände es schön, wenn wir an dem, da wir jetzt eine Position dort netzpolitischer Sprecher haben, wenn wir trotzdem daran arbeiten, das ordentlich zu differenzieren und sozusagen auch, ich sage mal, Verantwortlichkeiten neben Lukas schaffen, die ihm sozusagen zuarbeiten. So, dass wir, wie wir ja vorher schon so ein bisschen hatten, dass Lukas so alle Freifunk und Sachen gemacht hat und der Rest dann nicht schwer, aber dass wir das ein bisschen, noch ein bisschen besser aufgliedern, weil wir ja alle in dem Bereich mit, inhaltlich mitarbeiten müssen oder viele von uns zumindest. Das ist, glaube ich, kein Sprecherbereich wie die anderen Sprecherbereiche, die wir haben. Also baupolitischer Sprecher kann ich alleine machen, da brauche ich keine Unterstützung und selbst da gibt es zum Beispiel Überschneidungen mit Frank oder sonst wie ab und zu. Hatte ich dich jetzt gerade richtig verstanden, dass du dann die Kandidatur zurückziehst? Dann habe ich mich gerade selber kurz gemeldet, denn ja, Lukas hat recht. Da ist partiell auch eine Entlastung definitiv angebracht, auch das direkte, und zwar in der direkten Form, das sehe ich genauso wie Lukas. Von daher, was zum Beispiel den Bereich der Handwerks-Enquete angeht, kann ich dir, weil ich ja ebenfalls dort benannt bin, anbieten halt an allen Terminen sowieso schon, wo kein Untersuchungsausschuss ist, kann ich dich da gerne sofort und jederzeit entlasten. Das will ich dir ja nur auch hier einmal so schon mal gesagt haben. Und was die hardcore technischen Dinge im Bereich der Netzpolitik angeht, wenn es um Security-Fragen und so weiter geht, auch da würde ich dich dann gerne sofort, jederzeit und immer darauf hinweisen, wenn ich selber im Rahmen meiner Freizeit über solche Sachen stolpere. Ich kann das ja nur noch in meiner Freizeit machen. Als PG schaffe ich das zeitlich. Dann hatte sich Joachim gemeldet. Ja, die Sprecherfunktion hat natürlich eine parteipolitische Relevanz, das ist ganz klar. Und da ich jetzt im Wirtschaftsausschuss für die Fraktion unterwegs bin, kann ich halt nur sagen, dass ich den Lukas oder den oder diejenigen, die das macht, nach besten Kräften unterstützen werde, was die Erfüllung dieses Jobs angeht und die entsprechenden Infos oder andere Aspekte da halt zuspiele. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Frank, bitte. Ja, ich würde das auch unterstützen. Danke, dass du dir das so gut überlegt hast und dass du auch gerade nochmal den Überblick gebracht hast, was da alles dazu gehört. Da ist ja Sicherheit zum Teil, aber wir haben im Kommunalen damit zu tun, brauchen diese Rolle und da kriegst du auf jeden Fall Infos. Wir haben ganz viel, denke ich mal, im Bereich Verbraucherschutz, wo sich der netzpolitische Sprecher aktiv zeigen muss und wo es sicherlich auch viel Feedback geben wird. Ich möchte eine Sache sagen, die ich nicht gerade so gut fand, deine Termine, Grumpy, dass du dir noch mehr Termine aufhaltst. Das hatte ich doch eh schon. Den Anwurf fand ich nicht so gut, ansonsten war alles positiv und ich würde die Bewerbung unterstützen auf jeden Fall. Ich möchte nur kurz erwähnen, ich war auch schon in mehreren Enquete-Sitzungen. So ist es nicht. Also das ist, ich weiß sehr gut, was ich schaffe. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, es findet eine Aufzeichnung statt. Von daher ist hier nichts für die Tonne. Nico, bitte. Danke. Ich hätte ja nochmal eine Frage. Du sagtest, du wünschst dir halt von der gesamten Fraktion die Unterstützung. Klar, also soweit das geht. Die Frage ist, bevor wir als MDL, wo es ja vielleicht auch um Unterstützung im metaphorischen geht oder ideologischen Bereich, geht es dir ja wahrscheinlich auch viel mehr darum, im arbeitstechnischen Bereich dann konkret Unterstützung zu erfahren. Das ist natürlich jetzt für jeden einzelnen MDL hier schwer, abseits von Lippenbekenntnissen konkrete Zusagen zu machen, weil die Erfahrung zeigt, also in der Vergangenheit läuft das ja, dann lief das so, dass wenn man was auf dem Tisch hat, dann sagt man so, ich bin hier voll in der Woche und dann hängst du halt am Fliegenfänger. Ich glaube nicht, dass sich das in Zukunft anders darstellen wird. Deswegen wäre meine Frage, wie hat sich denn bislang die Zusammenarbeit mit dem netzpolitischen Referenten entwickelt? Das war ja bei der Einstellung, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein bisschen carte blanche, die da gespielt wurde. Dann ziehe ich die Frage zurück. Dann kannst du mir mal erklären, was carte blanche heißt. Eine carte blanche? Können wir gleich drüber reden, beantworte ich dir halt auch gerne. Ich bin da, glaube ich, seit letzter Woche auch ein bisschen schlauer. Okay. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf dieses Bezugs? Gibt es den Wunsch, diese Wahl jetzt zurückzustellen weiterhin? Frage ich jetzt ganz gezielt. Okay, Lukas? Ich möchte anders fragen, gibt es vielleicht strategische Gründe, das zu tun, irgendetwas, was ich nicht sehe? Gibt es irgendwas, pressetechnisch oder sonst irgendwas? Okay, dann würde ich trotzdem... Toso, bitte. Also, wann wir das wählen, ist im Endeffekt Wumpe, weil es bleibt uns immer noch überlassen, wann wir das präsentieren. Auch wenn wir das jetzt hier alles öffentlich machen, ist es völlig egal, ob wir Lukas jetzt wählen, nächste Woche oder im Januar. Interessant ist dann, wenn wir es vernünftig präsentieren, mit einem vernünftigen Arbeitsablauf und das Ganze mit ein, zwei Inhalten hinterlegen. Lass uns das doch jetzt einfach bitte abhandeln. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg mit einem Geschwafel, das nicht sein muss. Danke. Ich finde eine reguläre Aussprache nicht so falsch, sehe das jetzt auch nicht als Geschwafel. Wir haben alle viel vor der Brust und es wird eine sehr lange Plenarwoche. Von daher würde ich jetzt ganz gerne im Approval die Frage stellen, wer der Meinung ist, dass wir Lukas zum netzpolitischen Sprecher machen. Wir mögen dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Toso, Moni, Stefan, Olaf, Joachim. Ich mache es trotzdem, jetzt habe ich einmal angefangen. Lukas, jetzt ziehe ich das durch. Daneboot, Nico, Creon, Frank, Dirk. Ja, okay, ich auch. Also einstimmig. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, Lukas. Okay, Zeitgewinn. Die Wahlkreisumbesetzung hatten wir letzte Woche gesagt. Wir warten sicherheitshalber auf Stefan F. und Joachim. Und zwar wegen der geografischen Nähen. Zum einen, Stefan sitzt mit in Köln. Zum anderen, Rheinkreis Neuss gibt bestimmte Überschneidungen. Rhein-Erft-Kreis hat Monika sich vergangene Woche schon freiwillig gemeldet. Bitte nicht wundern, ich stehe nur als Platzhalter da drin, aus einem einzigen Grund. Die Infos, die dann entsprechend von den Ministerien kommen, würden dann bei mir gebündelt aufschlagen. Ich mache das eh schon für einzelne andere Bereiche. Die werden dann einfach nur weitergeleitet an die entsprechenden Leute an den Stammtischen. Nicht mehr und nicht weniger, damit die Infos, wenn in bestimmten Wahlkreisen Ministerinnen und Minister vor Ort Termine machen, damit die nicht untergehen in der Zwischenzeit. Deswegen jetzt die Frage, lieber Stefan, lieber Joachim, gibt es bestimmte Wahlkreise, die ihr namentlich federführend, also bei Köln 1 bis 4 gehe ich davon aus, dass Stefan regulär drinsteht? Ja, das mache ich. Ich mache nicht mal bei 5, sondern bei 1 bis 6. Äh, okay. Also eigentlich, die ursprüngliche Einteilung war mal, dass ich die ganze rechte Reinseite mache. Das betrifft eigentlich 5, 6. Wenn ich eigentlich nach der alten Einteilung ja ohnehin drin bin. Genau. Hätte dann also, ich hätte dann also, ich hätte dann also, ich hätte dann also quasi die Städte meinen Kleber bruseln. Dann stehen alle hin. Ja, ich weiß nicht, es geht ja bloß um die Wahlkreise und gar nicht schwer rausgegangen. Gar nicht schwer rausgegangen. Genau. Das muss neu gesetzt werden. Das muss ich neu melden. Deswegen muss ich nicht melden. Also es war jetzt nur noch mal kurz die Erläuterung. Nein, fällt noch drin. Ja, dann ist das, es geht nur darum, wo die Meldung seitens der Landtagsverwaltung vorliegt. Wenn wir jetzt noch weitere Unstimmigkeiten finden sollten, können wir dies in einer nächsten Runde, würde ich vorschlagen. Wir haben noch drei Felder angeblich. Das können wir, das steht uns ja immer noch frei, dies danach wirklich auch noch zu machen. Aber ich sage mal, die Wahlkreise jetzt Köln 1, 2, 3 und einer nimmt 3, einer nimmt 2, das wird doch da gar nicht so unterschieden in Stammtischen und so. Also ich würde jetzt doch aufgrund auch der wenigen Leute, die wir sind, sagen, einfach pass mal auf, Köln, Stefan, peng. Wäre jetzt mein Vorschlag. Das wäre ja auch dann der Fall, wenn ich also jetzt den Teil von Daniel übernehme, dann hätte ich ganz Köln. Klingt nach einer sinnvollen Lösung. Spricht sich dagegen jemand aus? Gut. Joachim, die Frage, Thema geografisch, gibt es etwas, was du zeitlich, räumlich, virtuell mit übernimmst, ganz gezielt? Also ich bin jetzt in diesem Wahlkreispad, Position 5 bis 7, also ist Rheinerft, hat Moni schon eingetragen. Dann gibt es Euskirchen 1 irgendwo und Heinsberg, das sind so Regionen, die sind irgendwie mega mies zu erreichen. Euskirchen kenne ich aber ganz gut, von daher, Moni, das? Ja, also ich habe mit den Rheinerftern auch über Euskirchen, Heinsberg gesprochen. Und da ist niemand irgendwie mal gewesen und da ist nicht viel los, da ist tatsächlich ein bisschen auch Aufbauarbeit zu leisten. Aber ich glaube, die, die da sind, die würden sich extrem freuen, wenn sich da jemand kümmern würde. Also ich sage mal so, ich traue mir das jetzt nicht komplett alles zu, aber ich sage mal, mit deiner Unterstützung würde ich auch dabei bleiben, weil die kennen sich auch irgendwie mit den Rheinerftern, wenn ich das richtig sehe. Dann kann man ja auch vielleicht mal gucken, dass man die Euskirchener mit in den Rheinerft, nach Erftstadt einlegt, dass man da so ein bisschen guckt, dass man das so kombiniert, weil das einfach immer super weit weg auch ist. Ist jetzt die Frage, wer es offiziell übernimmt, das ist mir dann gleich. Also deswegen jetzt, ich fasse das kurz zusammen. In dem Zusammenhang, Zwischenfrage, Stammtischliste, wie weit ist die jetzt, die die Partei uns mal bereitstellen wollte? Das ist eine Frage, die ich zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten kann. Okay. Die Überlegung ist dann also sozusagen zusammen auch mit den Rheinerftlern, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wir schauen, inwieweit das möglich ist. Rheinerft, Düren, Düren 2, Euskirchen 2, mehr oder weniger ganz gezielt, damit nichts unter den Tisch fällt, auf zwei Leute zu verteilen. Sicherheitssauber. Habe ich das so korrekt verstanden? Für Dürren und Euskirchen, genau. Ihr seid in dem... Noch einmal, ich bin... Ihr seid gerade in einem anderen Bereich. Mir ging es nur um die Ausschüsse. Ich weiß, um was es dir ging. So, in 8 bis 12. Soll ich euch beide da jetzt eintragen, weil ich gerade in dem Pet drin bin? Ja, dann schreibt einfach den Joachim bei Euskirchen, Düren, rein. Also das ist der 9, der 11, der 12. Und bei 9 und 10, der 8. Bei 9 und 10. Bei 9 und 10. Dann gibt es nur offizielle Zuständigkeit, wie wir das dann untereinander klären. Das ist eure Sache, genau. Von Fall zu Fall. Okay. Aber dann kann man für jemanden, der da jemand steht. Okay. Nico? Heinzberg. Wieso ist Heinzberg... Wundert mich jetzt gerade auch. Dann war da halt, wie gesagt, eine Lücke. Mir geht es... Warum Danebuth jetzt das andere Pet nimmt, weiß ich nicht. Mir geht es rein um die Sachen, was ich aufgerufen habe, laut der Tagesordnung. Das sind die ehemaligen Wahlkreise von Daniel Schwert. Von daher würde ich jetzt ganz gerne fragen wollen. Jetzt geht es dann nur noch um den Rhein-Sieg-Kreis und um Bonn. Bei Bonn... Bahnanbindung ist soweit, die war relativ gut. Ja. Und Frank, bitte. Ja, ist mir gleich. Ich hatte letzte Woche angeredet, darüber zu sprechen, weil du dich in dem einen Bett eingetragen hast, ich in dem anderen Bett. Ist mir egal. Wenn du das machen möchtest, kannst du das gerne tun. Und gut. Ich finde es nicht sinnvoll, hier die Zeit weiter damit zu verbringen. Wir sollten das vorher klären und dann hier entscheiden. Tut mir leid. Ich finde es nicht gut, dass wir hier über kleinteilige Dinge jetzt... Frank, das ganze Thema ist schon mehrere Wochen nun mehr alt. Ich möchte, dieses mit dem einen und dem anderen Bett sei dahingestellt. Ich weiß, wir haben auch noch andere Dinge zu besprechen. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, ich habe es eingangs schon einmal gesagt, ich stehe dort, wie diese Wahlkreise als Platz halte, damit Informationen aus den Wahlkreisen nicht im Orkus verschwinden. Und es geht, da das Mikro das so nicht übertragen kann, erläutere ich auch noch mal, es geht tatsächlich um die Seiten des Landtags. Obendrein auch, denn entsprechend werden die Informationen seitens der Landtagsverwaltung den einzelnen MDL übermittelt. Was alle anderen Wahlkreise angeht, das kann ja gerne im Laufe dieser Woche außerhalb dieser Runde während der Plenarphase diskutiert werden. Reihen Sieg, wenn sich da jetzt niemand meldet, bleibe ich da drin einfach mal so stehen. Dann wären wir nämlich mit dem gesamten Ausschuss-PET durch, können dann gerne für die nächste Woche andere Wahlkreisbelegungen vorbereiten. Jetzt gibt es noch eine abschließende Wortmeldung von Nico. Also ich weiß nur darauf hin, tut mir leid, ich war nicht in dem PET. Irgendwie hat man teilweise mich dort eingetragen, bei Heinsberg aus irgendeinem Grund nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht mehr Heinsberg betreuen will. Ich weiß auch nicht, ob da von dort irgendwie eine Meldung kam. Das ist so fürchterlich schwer alles. Nico, es gibt ein PET, es gibt eine Mailingliste. Wenn du diesen Kreis machen möchtest, trag dich im PET ein und schick das über die Mailingliste. Alle wissen Bescheid. Was ist denn daran so schwer? Moni, ich möchte dich bitten, wenn du das Wort hast, dann auch das Mikrofon zu benutzen. Ansonsten möchte ich alle Anwesenden bitten, entsprechend die Ruhe zu bewahren. Hier jetzt nicht weiter genau diesen Punkt ausdiskutieren zu wollen. Denn wir haben noch einige andere wichtige Dinge für die morgige Plenarsitzung zu besprechen. Noch einmal, mein Vorschlag lautet, dass wir über die Gesamtliste der Wahlkreisbesetzungen, sollte es da Unstimmigkeiten geben, gerne noch einmal im Laufe der Woche bis nächste Woche gemeinsam da reingucken und schauen, ob das alles so okay ist. Und wenn nicht, wir dann halt neben dieser Sitzung das entsprechend vorbereiten, dass wir dann, wie Frank es gerade auch schon erwähnte, einfach nur bestätigen müssen. Okay? Vielen Dank. Dann sind wir mit Top 5 der finalen Abstimmung der Ausschussumsetzung durch, kommen zu Top 6. Ich frage außerhalb der Tagesordnung, gibt es Wünsche für den Bereich Sonstiges zu Top 6? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich jetzt um 12.22 Uhr den öffentlichen Teil der heutigen Sitzung am 1.12. beenden und würde dann in umgekehrter Reihenfolge in den fraktionsöffentlichen Teilen des nichtöffentlichen Teils eintreten und möchte mich somit ganz herzlich bei allen verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche und dann kommen wir zu dem Themenbereich Taktik im nichtöffentlichen Teil.